Geht ab Leute, wenn ihr gerade vor der Spielhalle, krasse Session wieder hinter mir gehabt, fette Bilder bekommen, aber am Ende war immer das gleiche, man kennt Buchungspausen, der Automat, der Automat und der Automat, wenn ihr wirklich zocken wollt, fahrt in die Spielbank und ins Casino, es bringt einfach gar nichts mehr in den Spielen rumzuhängen, egal wie viele Stunden du da bist, egal wie viel du nachknallst, wenn er nicht will, will er nicht und vor allem muss man daran denken, das ist nicht staatlich, das sind einfach eigene Unternehmen, ob es jetzt die Merkur Gruppe ist, ob es die Löwenplay Gruppe ist oder irgendwelche selbstständigen Spielotheken, die müssen alle bezahlt werden und das ist kein staatliches Casino, wenn ihr zocken wollt, fahrt ins Casino, am besten zockt ihr gar nicht und ja, ich werde euch auf jeden Fall jetzt ein fettes Video noch da hinten dran ballern, werde morgen oder übermorgen nochmal in die Spielbank fahren und mal gucken, was da geht und meinen Arsch will versuchen wieder zu retten, bis dahin, lasst es euch gut gehen Leute, ich mache mich jetzt heim, gar keinen Bock mehr, übelsten Hass, übelsten Hass, alle haben das. Alles runtergefressen, auf 4.10. Was willst du auch erwarten, wenn du Spiele? Das ist Spiele-O-Live. Ich bin hier eigentlich nur hergekommen, um Latte-Mark-Gerate zu trinken. Ich habe wieder die kleinsten Symbole. Das andere ist mir nicht gewohnt. Oh, Kopf. Ja, wir den Schellingern. Ja, heute war euer Auto nebendran. Ich habe, 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 ich habe. Ach doch, einmal drei wenigstens, aber auch kein Retrigger-Anzeichen, so gar nichts. Machen wir hier einfach mal ein bisschen das System kaputt. Machen wir hier einfach mal ein bisschen das System kaputt. Machen wir hier einfach mal ein bisschen das System kaputt. Gerade unten durch und rechts habt ihr gesehen. War ja zu viel verlangt. Wir haben hier einfach mal ein bisschen das System kaputt. Last but least, gar nichts. Ah, ist Langeweile mal an Sena reingesteckt hier. Mal sehen, wie er kaputt geht. Congratulations. Ah, ich soll es mal automatisch machen und er geht kaputt. Mal sehen, wie es ist. Safe. Tot gespielt das Spiel damals. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. So. Oh, verdammt. Okay. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Und das hier. Was ist denn hier? Ich hab Euro 6 Euro, ne? Checkpoint Ich hab die Schuhe dabei So Ende, ey So Ende, ey Checkpoint So Ende, ey So Ende, ey So Ende, ey Hast du dir eigentlich schon Kaffee gemacht? Soll ich dir machen? Wer zu links? So Oh, nix Das ist gleich Das ist einfach rein 1,2,2,3,1 1,2,3 1,2,3 2,3,4 2,4,3 2,4,4 2,4,4 3,4,4 direkt von 30.50 Uhr hochgeschaltet Gucken wir was er jetzt zeigt Verlänger doch einmal Erster Freund Zeigt sich schon einmal Das Landschacht Bandit Aber definitiv